Wie mache ich denn so eine Pose? Okay, runter und A drücken war's. Die einzige Frage, die du zu fragen musst, ist, was du dein Herz möchtest? Ich möchte meine Mutter sehen. Meine Mutter muss wissen, dass ich okay bin. Ich muss sie wieder treffen. Ich bin nicht sicher, dass du es kannst. Was erwartet, mich zu tun? Das ist die größte Bühne der Bühne. Das ist wo die Welt der Vergangenheit begann. Hier standen die Bühne. Die größte Anima-Krystall die größte Anima-Krystall in der Welt. Aber es wurde verletzt. Banku, in der Bühne war die Bühne dieser Welt. Yaga! Banku, in der Bühne war die Bühne. Eine für dich. Und eine für ihn. Das hat dich aus krystallisieren. Er braucht beide vierte Anima-Krystall in der Bühne, um die Bühne der Bühne der Bühne zu. Wenn er zufrieden ist, diese Welt wird zum Schluss kommen. Aber für Gott, Lynx? Und Meg? Unsere Welt kann nicht existieren ohne die Arca. Ich gehe nach die Tauern und spreche von Banku. Er wird mir hören. Wo du gehst ist eine Wahl, die du musst machen. Aber du musst es nicht alleine machen. Okay. Warte! Was hast du das gemacht? Hallo? Warte! Am schönen Strand. Am Malibu. Ich habe nur das Gefühl ich gehe hier richtig. Ich will aber noch sehen was auf der anderen Seite ist. das sehe ich nichts ein busch entspricht ich mal ein bisschen damit das nicht so lange dauert hätte gedacht dass vielleicht links noch was wäre ein boot ich muss mich ausruhen das boot fährt los segelt über das meer oder was auch immer das ist hier jetzt liegt sie da schläft auf irgendeinen see irgendwie nicht so aussieht wie die welt in der das arca lebt so friedlich und alles irgendwie völlig komisch der bonku der diese welt geschaffen hat wieder zurück will über die isa brücke das etha und was auch nicht alles und wir haben die fabrik zerstört und alles und das geheimnis entdeckt etha brücke und so an der kristall unten und noch so viele fragen offen aus diesen großen weiten meeren was haben wir angestellt wie sieht die welt jetzt aus gibt es die etha brücke überhaupt wenn es sich besser wüsste würde ich sagen ihr kommt jetzt danach spannend aber ich glaube nicht dass es schon vorbei ist muss ich vielleicht irgendwas drücken anscheinend kann ich nichts drücken okay es sieht irgendwie schneller aus wenn ich nach rechts drücke und es geht immer wieder näher ran wir kommen an land an das ist gut ich hätte recht befürchtet dass das spiel schon vorbei wäre ohne noch viele fragen zu klären ich höre schon irgendwas ähm clock ankommen vielleicht ok kein clock aber ankommen aufstehen ich hätte mit fikt gehen sollen was habe ich mir dabei gedacht naja du hast bestimmt was erfahren über die welt also oh nein das ist jinks die vodopuppe was ist das mittelstück der decke was ist da oben passiert ok was habe ich angestellt was habe ich getan noch einer ohne namen noch einer ohne namen also hier muss ich laufen ok gut dass ich die richtige taste noch ausgewählt habe ich wollte nämlich schon mit der x drücken was kann man das kann man von was kann man von alles vergült Oh Gott! Die ganze Kanalisation ist kaputt. Du! Was machst du hier? Geh raus! Warte! Das ist alles deine Schuld. Er hätte uns nie gefunden, wenn es nicht für dich gewesen wäre. Nein, ich kam hier, um... Geh! Nein! Er tut das Namen, ich vergesst, er ist tot. Bekunde, ich will nur gucken, ob er tot ist. Oh, Anne. Ich bin so sorry. Du meinst nicht... Pig, heißer. Pig, nicht du auch. Ich bin sorry, Pig. Sag nicht noch ein anderes Wort. Ich wollte nicht... Du allein bist für dieses Enforcer zustande. Das ist wo alle deine Aktionen haben uns ledigt. Du bist richtig. Nein, Anne. Er ist richtig. Es ist alles meine Schuld. Was ist passiert? Ich liebe ihn wieder. Kein Ding. Ah. Aufgeladen. Ich habe meine Hüder entdeckt. Ich habe eine Kriste. Ich habe eine Spirite in da, und sie hat meine Arca gemacht. Sie hat mir gesagt, sie war die Welt's erste Erinnerung. Sie hat mir gesagt, dass wenn Bonkku auf den Aetherbrief, die Welt will cease zu existieren. Well, sie hat eine Spirite in einer Krystal-Käve. Nicht starten. Sie hat die Caretaker. Es gibt keine Frage. Es ist die einzige Explosion für all das. Die Caretaker nicht existiert. Eine Spirite in einer Käve? Eine erste Erinnerung? Eine, die einfach an die Ann hat die Möglichkeit, um die Götlinge zu verwenden? Ich weiß nicht. Aber wenn unsere Arca kann die Götlinge zu verwenden, dann bin ich sicher, dass wir unsere Hilfe brauchen. Was sagst du, Enforcer? Wir müssen uns unsere Unterschiede abnehmen? Ja. 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 Es gibt viele gestillte Dinge außerhalb. Ich werde besser arbeiten gehen. Wenn du fertig bist, möchtest du in der Halle und diskutierst unseren Plan für den Attacken. Wie aus einem langen, traumlosen Schlaf. Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten. Fig hat mich gebeten, meine neue Kraft einzusetzen und schnellstmöglich vielen zu helfen. Wir werden uns alle die nächsten in der Halle treffen und den nächsten Schritt besprechen. Und ich finde es merkwürdig, dass ich mich nicht einmal über den Namen lustig gemacht habe. Wir müssen planen, was vorhanden ist. Ich bin so glücklich, dass ich dich wieder sehen werde. Ich auch. Ich habe so viele Fragen, aber wir haben nie die Zeit. Du hast bereits alle Antworten genommen. Gut, dann brauche ich dich ja nicht mehr. Tschüss. Ich hasse diesen Satz. Da schneide die Antworten in dir. Okay, hoch. Warte mal kurz, was stand da? Der Assistent eines Pionier bei der Befindung einer weltbewegenden Neuerung. Ich habe es fertig gemacht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht? Du bist richtig. Ich bin nicht. Danke. Ja, klar. Und die Dinger laden mich wieder auf. Alles klar. Okay. 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 Oh! Okay. Okay. Willkommen zurück! Enforcer? Was hast du mit mir getan? Keine Angst, einfach Spaß! Geladen. Und entsichert. Dann kann ich diese Dinger jetzt auch starten, ohne dass ich irgendwie... Ne, da kann ich nichts. Okay, ich muss anscheinend komplett rausrennen. Hier ist auch noch wer. Nein, hier ist nichts. Aber hier ist auch bestimmt noch wer. Oder was? Hier, ein wichtiger Teil des morgendlichen Reinigungsrituals eines ehrgeizigen Vermieters. Oh, vielen Dank! Ich werde es nicht sagen. Und ein Änderungsstück. Dafür kriegt das Achievement jetzt zugreifen. So, und jetzt kommt der finale Kampf mit... Bonko, oder so. Ja, ich... Ja, ich... Uh, Bulb? Es war ich in Disguise. Ich bin Crate Boxton. Was? Wir wollten den Archibak zurück. Das kann nicht richtig sein. Es ist wahr. Mhm, mhm, mhm. Erinnerst du? Es war du. Du hast mich verletzt. Ich bin sorry über das, Bulb. Aber ich habe eine Suggestion. Ein Plan. Ja. Hier ist mein Plan. Wir gehen einfach in. Oh, okay. Okay. Oh, okay. I'll pretend I've caught Fig. Everyone will think I was on Banku's side all along. That's quite a gamble. It'll work. The secret tower entrance in my house is protected with an Arc-Alock. I can't open it alone. I'll go with you. Maybe the two of you can sneak in, but you'll know. Wir brauchen Backup in case something goes wrong. Er ist richtig. Ich mach meine Freunde aus Scrappers. Once Fig und ich sind in der Tower, wir können Banku's Sicherheitssysteme entfernen, und dann wird die Straße klar sein für Bulb und seine Freunde. Wenn wir die Sicherheitssysteme entfernen sehen, wir blöden in die Wallen und in den Sturm. Alles klar, aber ich möchte mit Banku sprechen, bevor du nichts machst, Bulb. Ich muss ihn nicht aktivieren. Anne ist richtig. Fiskal-Konfrontation ist unsere letzte Resort. Hast du das, Bulb? Ja, ja, gut. Ich bin sicher, es wird funktioniert. Ich wünsche dir gut dir das selbe. Das Zeug ist gefährlich. Die Stadt wird begleiten durch die Vergangenheit von Banku geschlossen, nicht zu zerstören. Was ist die Sache, in der hohen der Tower? Das ist nur eine Geschichte. Es gibt nichts in der Tower außerhalb von Banku. Wir beginnen mit ghost-Konfrontationen. Ich denke, wir alle verdienen eine gute Nachtsdurch, bevor wir morgen nachmittags. Was hast du? Gute Idee, ja. Wo ist dein Platz? Okay, ihr macht den Rest des Plans. Danke.